Yoshi, der lebt in Japan, ist ein Kind genau wie du. Spielt und lacht und hört gern Liedern und Geschichten zu. Einmal zeigte der Yoshi seiner Mutter ein Notenblatt, sang das Lied und fragte, was der Text zu bedeuten hat. Wir lassen die Kraniche fliegen, keine Grenze gibt's, die sie hält. Sie tragen die Hoffnung auf Frieden in alle Länder der Welt. Sie sollen die Menschen mahnen, für Frieden setzt euch ein. Wir wollen nicht länger kämpfen, es darf kein Krieg mehr sein. Und Yoshis Mutter erzählte, was damals im Krieg geschah. Am Tag, als die Atombombe fiel auf die Stadt Hiroshima, zerstörte die Menschen die Häuser. Doch dieses kleine Mut soll allen sagen, verhindert, dass so etwas wieder geschieht. Wir lassen die Kraniche fliegen, keine Grenze gibt's, die sie hält. Sie tragen die Hoffnung auf Frieden in alle Länder der Welt. Sie sollen die Menschen mahnen, für Frieden setzt euch ein. Wir wollen nicht länger kämpfen, es darf kein Krieg mehr sein. Die Mutter zeigte den Yoshi, ein großes Blatt Papier. Faltete einen Kranich und sagte, ich geb' ihn dir, wie dich zu verschenken. Viele Menschen seit jener Zeit Kraniche als Symbole für Frieden und Menschlichkeit. Wir lassen die Kraniche fliegen, keine Grenze gibt's, die sie hält. Sie tragen die Hoffnung auf Frieden in alle Länder der Welt. Sie sollen die Menschen mahnen, für Frieden setzt euch ein. Wir wollen nicht länger kämpfen, es darf kein Krieg mehr sein.